Musik Na nun, was macht denn der Rolf da vor dem Haus aus Kreuzzeugen, dass sie... Ob er das wohl schafft? Lass uns mal sehen. Als die Schweinchen alt genug waren, schickte die Mutter sie in die Welt hinaus, um ihr eigenes Glück zu finden. Dabei sagte sie, gebt Acht vor dem bösen Wolf. Shit! Das passt gar nicht, Bruder. Schauspieler werden sollen, ja? Das passt gar nicht. Rap! Oh, shit! Deine Musik, Alter, die kann ich mal im Arsch decken, ja? Was sagt deine Musik, Alter? Was sagt sie über African Fupu, Alter, ja? African Chin, Bruder. Was noch besser, Chad? Meine Geschichte oder Sammys Song? Die Geschichte hab ich doch rausgesucht, Junge, ja? Hör auf! Heute, der Experimententag, Freunde. Wie gesagt, wir sind momentan sehr im Stress, aber wir haben Experimente. Ey, wir haben gestern... Nein, 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 nein. Gestern, gestern... Nein, 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 nein. Wir haben Experimente. Ich will nicht lange rumzappen, ne? Ich bin deutsch, ja? Und deswegen möchte ich auch das deutsche Gesetz hier anführen. Deswegen meine... Boah, dann macht... Ja, bis zu Mount Everest die Kamera, ja? Wie denn sonst, Junge? Wie denn sonst? Was trauen wir doch, Junge? Trust me, never mind, let's do money, 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 let's do money. Wir sind 4.500 Zuschauer. Wenn ich sage jetzt, lasst jeder ein Sub da, dann haben wir 4.500 Subs. In 10... In 10 Sekunden gebe ich euch Zeit. Hast du Rekord gebrochen? Warte, mach so. 10 Sekunden geben wir euch Zeit. 10... 8... Fürs erste Experiment, ne? Brauchen wir... Alle Folie! Für so einen Support, sag ich dir ernsthaft, können wir uns nicht so blicken lassen. Sag ich dir ernsthaft, wie ist das? Ich hoffe, Alice. 2 hat gerade abonniert. Wie kann man so viel spucken? Weiter so, Jungs, kleiner als 3 wart ist Urma. Hör mal auf, Juma! Hör mal auf, Wasser! Ab geht's. Du musst doch mit Wasser machen, sonst geht das doch gar nicht. Mach mal hier so einen Strich rund. Geht doch gar nicht. Biest unterstrichen. Ah, geht doch gar nicht. Ey! Ey, sehen wir scheiße aus? Ja, ne? Ich schwöre, ja. Augenbrauen? Okay, jetzt sind wir für euch fertig. Passiert da jetzt was? Ja, was denn? Ey! Alter, General, grüppel! Er macht sich einfach Wachs auf seinen Kopf. Ich schwöre auf alle so einen Dummschädel, Alter. Oh mein Gott! Ich schwöre auf alles, wie krass was. Kannst du mir sagen, was du willst? Kannst du mir sagen, was du willst? Jet, habt ihr mal Bock, dass wir jetzt zusammen im Stream so nach Ikea oder so gehen? Wir holen uns neue Möbel, machen alles neu. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Na, warte. Freunde, was machen wir mit der Alufolie? Du redest nie, ne? Du erklärst nicht. Du machst einfach irgendwas, Bruder. Wir machen uns jetzt ne Fausthand damit. Ne? Wir machen uns ne Fausthand und danach machen wir Sachen kaputt damit, Freunde. Das ist das Experiment. Es ist wirklich ein Experiment-Tief aus dem Norden. Man kann sich eine richtige Fausthand machen. Ich muss das bei dir machen, du musst das bei mir machen. Oh nein, das geht auch alleine, wirklich, hab ich gelesen. Wenn man nämlich eine Fausthand hat, von Frank Ross, ja, bin ich ehrlich. Ich bin Gin Ullo, ich komm bei der Straße. Wir haben uns inspiriert. Hatt mal die Stress, Alter! Was denn? Mit dieser Fausthand kann man alles durchschlagen, weil wir haben sehr geile Produkte gekauft. Oha, Freunde. Oha! Freunde, was machen wir hier, Alter, ja? Ey, was los, Ticker? Willst du Stress, Alter? Er lebt noch, er lebt noch, er schlägt nie. Okay, Ticker, ja, eigentlich... Mein Gott, Alter, mein Gott, ja. Oh, ey! Das tut nicht weh! Gott! Was machst du da, du mehr? Ich sei nicht gespendet. Ich sei nicht, du hast verkackt. Warum, Ticker? Ey, Junge! Ich hab mir in die falsche Richtung gemacht. Oh, Bruder, soll ich... Alter! Was willst du, Junge? Was willst du? Was willst du? Nein, nein! Das geht kaputt. Bei dem Kasseli, sag ich doch nicht. Nein, 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 nein. Ein Screenshirt, Freunde. Ein Screenshirt, schick uns das auf Instagram. Wir haben einmal ein Kürbis hier. Ne? Dann haben wir ein Red Bull hier, was wir jetzt drüben werden hier. Freunde, ganz wichtig, wir sind Stuntsmen, da hinten ist ein Team. Wir sind dafür geprüft. Alles ist gut. Wir können gerade keine Klebewand benutzen, weil das kommt danach, Freunde. Eins, neun, vier! Was? Nein! Doch! Boah, Bruder! Warte, das passiert so, warte! Was los? Ey, gib mal die, gib mal die! We think we really want, we want, what you, what you, what you! Ey! Ey, man... Ey! Jetzt herunter. Ich fahrt vom... Bin ich im Counter oder was? Ich zähl auch. Halt, mein Hand. Was? Ey, ey! Was siehst du? Ich habe immer zu drühen! Was? Ey! 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 We ready! Ey! Ey! Ah! Ah! Was willst du? Was willst du? Ah! Ah! Ey! Sammy! Sammy! Hör auf! Nein! Nein! Ah! Oh was fack ich hier an! Was geht, Leute? Amar hier! Back am Start! Jetzt! Boah! Jetzt! Komm her! Ja! 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 Du kannst nichts machen, Bruder! Stark, Junge! Ah! 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 Boah! Boah! Du fettes Schwein! Und das Bildschirm ist voller Wassermelone! Hey! Hey! Habt ihr gesehen, Alter? Und jetzt sagt nochmal, ich bin 13! Ton! Einen Applaus für Jordan! Er hat's wieder geschafft, die Bude aus Lars! Ah! Ah! Erstmal ganz wichtig! Das nächste Experiment ist wirklich nur für Stuntsmen! Deswegen kommt hier schonmal... Hör mal auf mit sowas! Boah! Alter, weißt du willst du jetzt machen? Ah! Wir hängen den Jordan an die Wand! Das ist unser nächstes Experiment! Okay, wir hängen mich jetzt an die Wand! Ich... Gib mal einen Kuss jetzt! Gib doch mal einen Kuss, Bruder! Du machst immer dich witzig darüber, ja? Gib doch mal! Du denkst du mir geht's aber nicht scheiße? Ja komm! Gib doch mal einen Kuss, Bruder! Ja! Ja! Mach doch einmal! Boah! Küsst mich doch einfach auf die Wange, Junge! Ja! Ich küsse dich doch nicht! Ich bin so eklig! Boah! Küsst mich doch! Hör auf! Das ist eklig! Boah! Ja! Ich küsse dich! Hey! Du magst das! Nein! Du magst das! Hör auf damit! Du magst das! Küsst mich! Was wir jetzt machen, ist den John an die Wand zu kriegen! Das ist unser Ziel! Freunde, ihr seid auch so geil... Freunde, ganz wichtig! Wir sind Stuntsman! Wir sind dafür geprüft! Da hinten ist ein Team! Sag mal hallo! Hallo! Wenn was ist, ihr kommt dann rein! Einen Applaus für dich, ja? Ja, du bist auch ein Semmelknödel, ja? Ja, deswegen... Du darfst nicht so lang! Man muss das lang! Mach erst mal! Musiker MZR hat gerade abonniert! Wuhu! Ey! Mach das weg, Sammy! Was? Mach das weg! Das Ding ist, ich hab keine Ahnung von sowas, ne? Ich muss euch machen auf jeden Fall so, dass ich diese Ecken hier... Ich mach das doch mal schlau! Ist das die erste Rolle? Ja! Ey! Ey! Wir müssen ab, oder? Ja? Mach ich ja neu! Scheiß auf die Bilder! Das sind... Unsere Familie! Die bleiben auch dran! Ja, das macht der Unterschied zwischen dir und mir! Familie! Ist heilig! Ey, wir haben noch ein Excel-Revent! Ey! 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 Hör auf, Junge! Hör auf! Oder wenn das gleich alles umsonst war, dann hau ich dich ja! Ey! Bruder! 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 Was denn? Bruder! Zeig mir mein Bart! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ey! Das haben die gesagt! Ich hab nichts damit zu tun, ja? Ja! Lustiger, die Spoiler zusammen! Okay? Ey! Ey! Zeig mir! Zeig mir! Mach weg! Mach den ganzen Stuhl weg! Noch nicht! Noch nicht! Mach den ersten Mal komplett weg! Okay! John, geh weg! Okay! Drei! Thomas Müller, wenn du das siehst! Ey! Ey! Geh! 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 Was ist los? Was ist los? Was ist los? Bruder! Junge! Das Handy! Hör doch auf! Was machst du denn da? Was machst du denn? Bruder! Bruder! Ich hab Krampf! Ich hab meine Mutter! Hör mal kurz auf! Ich hab Krampf, Bruder! Ich mach das ernst! Ich hab Krampf! Ich hab Krampf, Sammy! Ich hab Krampf! Ich hab... Was denn? Ey! Meine Eier bricht! Mein Eier bricht! Was denn? Mein Eier bricht! Bruder! Ich glaub doch dir um, Bruder! Ich mach das ernst, Bruder! Übertrag doch nicht eine Rolle! Meine Mutter Krampf! Schau dich! Mein Schau dich auf die Ferse! Sei du so ein Fehler! Ey Sammy! Was machst du? Ey! Boah Jim, du hörst mir! Ey Sammy, meine Eier! Mach mich mal das ernst! Bruder, das ist doch nicht gut! Haha! Der George kann nichts machen! Tschau! Lalalalalala! Lalalalalala! Das ist doch unnötig, ja! Aber man trefft doch nicht, ja! Wenn ich runterkomme! Ah! Mann 1! Timmy! Timmy! Mann 1! Mann 1! Mann 1! Wuhu! 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 Was ist los, Timmy? Hahaha! Dein Vater fährt den Hümerstein Motorrad, Timmy! Ey, ich schwör auf alles, wenn noch nie ein Experiment geschafft ist, dass wir sie mitkriegen! Geh auf dein Zimmer! Freunde, wir machen direkt weiter, weil ihr so stark heute seid! Nächstes Experiment, Freunde! Was ist los, Tickerchen? Wisst ihr, was mein Vater einmal gesagt hat? Derjenige, der reich wird, ist der, der Kürbiskerl unter seinem Fuß hat, Junge! Jordan, das ist eine Quartemache! Erstmal, was drin ist! Duschgel, Schaumbad, alles! Hippo, Hippo! Warte mal! Warte mal! Hier läuft noch was! Nicht verkehrt, ja! Viel Shampoo reinmachen, ja! Freunde, wir versuchen jetzt, dass das ganze Zimmer mit Schaum ist! Wir haben 30 Pakete Shampoo und Glas geholt! Das sind alles! Lass die erstmal rausmachen, ja! Ich weiß noch nicht, ob ich das gesagt hab, am 2.3. nächste Woche Samstag ist der 24 Stunden Stream! Und ich verspreche euch, wir werden noch geilere Sachen machen! Und danach Comeback Stronger! Wir haben so krasses... ALTE TRESTE! Ah, das Wasser ist grün geworden! Freunde, das ist doch von... Vor zwei Wochen mit FIFA-Bestrafung! Stopp kurz! Hallo, willkommen bei Kaufplan! Stopp doch mal kurz! Warte! Warum? Warte mal! Hör mal auf, Junge! Das reicht! Okay! Nein! Nein! Ich hab doch gesagt, das hast du nicht bedacht! Okay! Hey, hey, hey! Wir haben keine Hobbys! Hey, hey, hey! Macarena! Ah! Wo ist es kalt? Das ist kalt! Das ist kalt! Was machst du da mit mir, Bruder? Ey, tut mir leid, das war extra! Müller ist im Chat! Thomas Müller! Ey! Hey! Hä? Ey, wurde da mal eine Prise, ja... Ey, hey, hey! Schau, Fati! Was ist los? Was ist los? Ey, ey, ey! Bruder, lass lieber auf, weil ich schwör, das wird nicht gut enden. Der Arm hat gut angefangen, das hat nicht beschissen in den Händen, ja? Arschbombe! Na! Nein! Alles, was wir gemacht haben, hat geklappt, jetzt außer dass... Okay, ist alles was, Schau! Aber jetzt nicht immer... Oh, Bruder, ich schau auf, alles meine Haare so sind geil! Ja, ist doch, scheißegal! Chat, jetzt mal ganz ehrlich! Sind meine Haare so geil oder nicht? Okay! Nein! Chat! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bruder! Ich schau auf meine Mutter, der Boden ist verschimmelt. Oh mein Gott, der... Warum will ich diesen scheiß Sound machen?! Okay, let's go! Oh, komm! Oh, komm! Oh! 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 Oh ja! Oh! 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 Oh really? Oh!